Alter, die Kamera, ne? Wo kann ich sehen, wie viel Muni ich noch hab? Na, Gesundheitsanzeige, Gesundheitstest, das ist cool. Ja, ok. So weit ist es noch so gut. Wo, 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 wo. 1000 Credits. Medi-Pack-Line hebe ich mal auf. Audio-Log. Ok. Ok. Die Viecher benutzen als Lüftungsschächte. Ich denk mal, hier bin ich sicher. Isaac? Isaac? Gott, kaum zu glauben, dass du es geschafft hast. Isaac. Da waren noch mehr auf dem Weg hierher. Sind Sie okay? Mehr was? Was zum Henker sind das für Dinger? Ist das die Crew? Schreien Sie nicht so. Was immer es ist, die sind nicht zum Plaudern hier. Und die Hälfte der Türen ist wegen der Quarantäne verriegelt. Wir müssen jetzt zur Brücke, aber dafür müssen wir erst das Monorail-System reparieren. Sie sind doch irre, Hammond. Sie werden uns alle umbringen. Wenn Sie auf mich hören, werde ich Sie hier rausbringen. Also, was ist jetzt mit der Monorail? Die Platine ist durchgeschmort, aber im Wartungssektor sollten wir Ersatz finden. Der Tunnel wird außerdem von einer defekten Monorail blockiert, die repariert werden muss. Mist. Alles ist auf der anderen Seite der Quarantäne. Wir kommen nicht hin. Nein, wir nicht. Aber Sie. Isaac, wenn ich auf der Brücke bin, sollte ich Zugriff auf die Personalakten haben. Reparieren Sie die Monorail. Dann helfe ich Ihnen, Nicole zu finden. Nutzen Sie den Kartenbildschirm, um Einsatzziele und wichtige Aufsätze zu checken. Mhm. So, und jetzt kann ich hier die ganzen... Ach, das ist cool. Jetzt kann ich hier die ganzen Aufgaben umändern. Wie, wo, was? Defekten Waggon. Okay. Okay. So. Schauen wir mal, was kann ich hier... Ach, das war zum Speichern, nehme ich an. Platine wird benötigt. Hm. Kann ich hier was machen? Was? Monorail beschädigt. Bitte reparieren. Die Platine fehlt. Oh, und hier haben wir die neue... Was? Installage-Sport. Schön. Oh. Was haben wir hier? Spins, die ich öffnen kann. Oh, Plasma-Cutter. Ding. Midi-Pack. Verschlossen. Kann ich auch nicht so öffnen. Kann ich die hier öffnen? Oh. Tatsächlich, aber nee. Und hier? Kann ich auch nicht. Boah, ich will gar nicht großartig hier durch. Gut, das Einzige, wie gesagt, die Störung, da muss ich mich noch dran gewöhnen. Alter, Schwede. Alter. Ey, nee, ne? So, lieber auf Nummer sicher gehen. Sorry, Kumpel. Ist aber besser so. Und hier die ganzen Koffer, ne? Oh. Hier hatten wir wieder was. Das wäre Plasma-Energie. Plasma-Energie. Ja, ist die Tore. Oh! Ho, 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 ho. Alter. Tod aus. Du. Drecksvieche. Stirb. Ich sagte... Oh, Midi-Pack-Mittel. Alter. Ich dachte, das fies sei... Hier spricht Benson von der Monorail-Technik. Wir haben was rausgefunden. Smith hat einen umgelegt. Es hat keinen Zweck, auf Ihren Körper zu schießen. Ihr müsst die Gliedmaßen abschneiden. Schnappt euch einen Cutter oder sowas und dann zerlegt sie. Ja, okay, gut. Da krieg ich's, äh, wirklich in Erfahrung. Okay, verschlossen. Also, zu stückeln. Einfach so wie mit einer Kettensäge. Okay, der ist zerstückel genug. Hoffe ich. Fünf Schuss. Müsste reichen. Muss ich hier durch? Ja. Freund, du bist ja hinüber, ne? Jetzt ja. Na, jetzt... Zerstückeln Sie auf die Gliedmaßen. Zerstückeln Sie sie. Das sollte funktionieren. Ja. Zerstückeln Sie Gegner, um sie zu verlangsamen. Trennen Sie Gliedmaßen ab, um Gegner schneller zu töten. Okay. Werd ich mir merken. Mach's einmal und mach's richtig. So hat's zu mir geheißen. 1.000 Credits mal wieder. Alter, ich bin ja schon reich. Ich müsste jetzt 2.000 haben. Das Geräusch hat mir gerade nicht gefallen. Kassenenergie. Stace-Modul. Mal sehen, was das ist. Wird in den Arm eingegeben. Stace verlangsamt schnelle Objekte und Feinde. Was? Stace verlangsamt schnelle Objekte und Feinde. Zielmodus. Okay, schießen mit Zetern. Oh. Okay. Weiter. Die Tür scheint nicht zu funktionieren, Isaac. Versuch mal das Stace-Modul, das wir gerade ausprobieren. Die wissen aber auch immer Bescheid. Wahrscheinlich wird das alles aufgenommen. Da liegt was? Audio-Lock oder? Ne, Stace-Pack. Ja. Bastarde, ne? Ja. Ach, Gott sei Dank. Alter, sowas hasse ich. Medi-Pack. Gucke ich mal hier auf dem Wildsee nach. Huch, was zum... Ah. Plasma-Energie. Plasma-Energie. Ich würde gern wissen, wie viel Muni ich habe. Moment. Kann ich das hier mit Tabulato nachsehen? 50. 50. 5 und 50. Stellt Stace-Energie wieder her. Alles klar. Plasma-Cutter, Plasma-Cutter, Plasma-Cutter. Alles klar, ich habe 55 Schuss noch. Das sollte echt sparsam sein. Da kann ich speichern. 50. 55 plus 6. Jetzt habe ich 61 Schuss, wenn ich es richtig... Gut, das ist wieder ein guter Grund. Schon einmal zum Speichern. So, und weiter geht's. Da ist schon mal nichts. Und hier, okay. Was ist das hier? Kralle gelöst, aktivieren. Noch nicht. Ich will erst mal gucken, was da hier ist. Energieknoten. Oh. Bin gespannt, wofür ich das brauchen werde. Okay. Alter. So. Lass mal nachladen. War doch ein bisschen zu knapp. Sorry, Jungs. Ist aber besser so. Wichtigste Regel. Hier, mach's einmal und mach's richtig. Ich halte mich nur an diese Regel. Medipack klein. Was? Inventar ist voll. Und Audio-Lock. Okay, Waggon 8 ist kaputt. Wir haben ihn 20. Pro geschafft, aber jetzt ist der Verlader hinüber. Ich brauche hier unten sofort ein Stase-Modul. Wenn wir das Scheißding nicht von den Schienen kriegen, wird es das ganze System lahmlegen. Mhm. Inventar ist voll. So voll kein... Kann ich nicht irgendwie eins benutzen? Behalte ich mal besser. Ihr könnt... Achso, stimmt. Aktivieren. Und verlangsam. Rennen. Was? Was? War nur... Um... Zu Beginn. Jetzt. Ah, okay. defekter Monorail-Waggon wird ersetzt. Bitte warten. Isaac, du hast es geschafft. Die Monorail hat das gesamte System blockiert. Wenn du den Computer wieder online hast, kannst du die Monorail aus dem Kontrollraum rufen. Je schneller, desto besser. Ich höre da draußen was rumkriechen. Mhm. Da hinten kommt schon so ein Monster. Stopp. Waggon-Ersetzung abgeschlossen. Alter, Sechsschuss. Ich muss gucken, dass ich da... Oh. Oh! Wow, 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 wow. Vierschuss. Schon ein bisschen besser. So. Ich trau hier diesen Brat nicht. Erstmal können wir nicht zerstückeln. Noch mehr Muni? Muni ist jung und gut. Okay, Stase ist voll. Gut. Dann wieder zurück anscheinend. Alter, da oben. Arnold, da oben disproportionately Chanel. Так. Du wirst ja nicht zerstören.